Ich habe ihn nicht kandidiert, um bei festen Jubiläen eingeladen, öffentlich begrüßt zu werden und um kostenlos Essen und Trinken zu können. Ich habe den Wählerauftrag bislang genutzt, um im Sinne unseres Wahlaufrufes für eine wohnliche deutsche Gemeinde dem deutschbewussten Nationalen Weinheim eine Plattform zu bieten, ihm eine Stimme zu geben, die medial nicht immer ganz ausgeblendet werden kann. Falls Freiheit überhaupt etwas bedeutet, dann bedeutet sie das Recht, den Leuten das zu sagen, was sie nicht hören wollen. Und ich ergänze, was sie nicht hören, lesen dürfen können. Es wird niemanden überraschen, wenn ich den Haushalt 2022 erneut ablehne. Indes bezieht sich die Ablehnung nicht auf den Bereich der sogenannten kommunalen Pflichtaufgaben, bei denen die Gehälter und Löhne einen sehr hohen Betrag ausmachen. Auch nicht auf all das, was unter Pflichtleistung zusammengefasst wird, wie Unterhaltung der Straßen, Abwassernetz, Friedhöfe, Schulen, vorschulische Einrichtungen, um nur einige wichtige zu nennen. Nachfolgend einige politische Perlen aus meinen Anträgen für 2022. Für die WN hat Ausdrucksweise berichtet. Und nach wie vor nicht falsch, auch solche des Vorjahres. Der Gemeinderat möchte beschließen, die Kosten für das sogenannte Integrationsmanagement von um die 125.000 Euro im Jahr sind einzusparen durch Aufgabe und Ablösung. Das Thema ist aktueller denn je, dass sowohl von Grün-Rot-Trabik wie auch von Rosa-Rot-Fräsert weitere Ein- und Zubanderung gefordert wird. Eigennachwuch selber zu machen und große Ziele ist wohl zu umständlich und zu teuer. Seit Beginn der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts sind im Schnitt jährlich 500.000 Nicht-Deutsche mit ausländischem Pass arbeitslos und kosten viel Geld, unabhängig von Kindergeld und Stütze Hartz IV. Wenn Sie in einem Land leben, in dem das Fischen ohne Angelschein bestraft wird, jedoch nicht der illegale Grenzübertritt ohne gültigen Reisepass, dann haben Sie das Recht zu sagen, dass dieses Land von Idioten regiert wird. So Milos Schemann, Staatspräsident der Tschechischen Republik. Wer Halb-Kalkuta retten will, rettet nicht Halb-Kalkuta, sondern wird selbst zu Kalkuta, wird dem mittlerweile verstorbenen Peter Scholar-Tur zugeschrieben. Wir müssen eine weitere Zuwanderung aus fremden Kulturen unterbinden, sagte Helmut Schmidt. Helmut Schmidt, als Mittel gegen die Überalterung komme die Zuwanderung nicht in Frage. Die Zuwanderung von Menschen aus dem Osten Anatolien oder aus Bad Afrika löst das Problem nicht, schaffe nur ein zusätzlich dickes Problem. Man sieht, ich befinde mich, meine Überlegungen bei diesem Antrag in Besser Gesellschaft. Der OB-Dienstwagen wird verkauft. Der Workshop for Shooter, Justis Hohenzwech sagt, dieses Spektakel ist zu unterbinden, ist zu beenden, zumal das Interesse der Weinheimer äußerst spärlich ist. Das Amt für Stadtentwicklung soll sich schwerpunktmäßig um die Weiterentwicklung dessen konzentrieren, was bereits vorhanden ist, anstatt weiterhin auf Verweisung von oben grüne Flächen zu verplanen. Nein zu weiterem Flächenfraß, nein zur Umwandlung der hinteren Wunden in ein Gewerbegebiet, nein zu einem Hotelbau unter Mahnermalstraße, ja zum dortigen Bau preiswerter Wohnungen für richtige Deutsche. Wenn Weinheim auf sich herauswächst, wachsen sollte, damit ist die deutsche Bevölkerung gemeint, müssen neue bauliche Lösungen gefunden werden, auch solche in die Höhe. Nein zu den ausufernden Kosten für eine Klientelpolitik von Minderheiten aller Art, Volkshochschule, Musikschule, Stadtjugendring, Ausländerexionverdung, in allen Bereichen Jugendgemeinderat. Alle deutschen vorschulischen Einrichtungen, ob von der Stadt betrieben oder nicht, sind in finanzieller Hinsicht gleichzustellen. Sportplätze, Hallenbäder, die dem Allgemeinsport, sowie der Volksgesundheit dienen, sind im Rahmen des finanziellen Möglichen den Vereinen und Vereinigten kostenlos überlassen. Einzeneintrittspreise für Freie und Hallenbäder wie den Weizsee sind ab diesem Jahr um mindestens die Hälfte bis ein Drittel zu kürzen. Das gilt auch für Familienkarten. Die Lösung 2021 für frühe und abendschwimmer kann beibehalten werden. Wir können es aber auch einen entsprechenden Kosten weiter hochstellen. Die Dauerjahreskarte für alle Schwimmeinrichtungen sollte wieder eingeführt werden, sofern ist das Wesen Corona erlaubt. Was ist Mehrheit? Mehrheit ist der Unsinn. Verstand ist stets bei wenig nur gewesen. Wir danken all jenen, die ich als Ehrenamtliche für ein lebenswertes, lebenswertes Wohnen des Deutsches Weihenheim eingesetzt habe und hoffentlich auch dieses Jahr wieder einsetzen werde.